Herzlich willkommen an Bord der Kung-Fu Airlines. Captain Tofu und seine Crew begrüßen Sie herzlich auf unserem Flug von Frankfurt nach Taipei. Wir bitten um Aufmerksamkeit für unsere Sicherheitsmaßnahmen. Die Notausstiege in unserem Luftkörper befinden sich vorne, hinten und in der Mitte. Im Falle eines Luftdruckabfalls in der Kabine fallen Ihnen die Sauerstoffmasken automatisch entgegen, pressen Sie sie ans Gesicht und atmen Sie vorschriftsmäßig aus und ein. Wir werden Ihnen nun gleich ein reichhaltiges Menü reichen. Sollten Sie von Übelkeit befallen sein, nehmen Sie die dafür vorgesehenen Tüten, öffnen Sie sie und benutzen Sie sie vorschriftsmäßig, einer nach dem anderen. Wir haben nun Starterlaubnis erhalten. Wir bitten Sie sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen. Wir wünschen einen guten Flug mit unserem liebenswürdigen Personal.